Mit einem Tier zu sprechen Nr. 34 Wenige Gaben sind so nützlich wie die, mit Tieren zu sprechen. Manche Menschen können von Geburt an mit allen Tieren sprechen oder zumindest mit einigen, andere nicht mit einem. Dieses Ritual wird in den tiefsten Wäldern vollführt. Um es auszuführen, musst du in einen großen Wald hineinschreiten und an jedem Baum im Wald klopfen. An einem der Bäume wird das Klopfen nicht ungehört verheilen und du kannst leise Schritte hinter dir hören. Nur zwei, drei. Wiederhole das Klopfen noch einmal und es werden wieder ein paar Schritte sein. Ein drittes Mal und das Wesen wird dir genug Vertrauen, um seine Stimme zu erheben und mit dir zu sprechen. Wer seid ihr? Was macht ihr in meinem Wald? Wird das Wesen dich fragen. Sei ehrlich. Sage, dass du die Gabe, mit Tieren zu sprechen, erlernen möchtest. Das Wesen wird dir nun erlauben, es anzusehen. Versuche es nicht vorher oder es wird dich angreifen und töten. Wenn es dich nur schwer verletzt und du irgendwie mit dem Leben davonkommst, dann ist es schon mehr, als du dir erhoffen kannst. Aber solange es dir erlaubt ist, wirst du das Wesen anblicken dürfen. Je nachdem, was für ein Leben du geführt hast, ist das Wesen anders. Warst du immer auf dem Weg des Wissens und des Lernens, dann wird es ein alter Mann mit Gehstock sein, der dir entgegenlächelt. Warst du immer auf körperlichen Kampf aus, wird es ein kräftiger Bursche sein. Wenn du ein trauriger Mensch gewesen bist, werden dir traurige Augen entgegenblicken, und ein glücklicher Mensch wird vielleicht ein Mädchen mit Blumen im Haar sehen und vieles, vieles weiteres. Wie viele Formen das Wesen annimmt, ist nicht bekannt, aber es sei gesagt, dass die Genannten nur einen minimalen Bruchteil darstellen. Jeder berichtet etwas anderes. Nun wird es dich fragen, warum du die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen, haben möchtest. Sei ehrlich und sage den genauen Grund. Es wird dich nicht angreifen. Außer du hegst wirklich, wirklich böse Absichten. Bei vielen Absichten kann es sein, dass dich das Wesen abweist und du einfach gehst. Sei ehrlich, es erkennt jede Lüge, bevor sie deine Lippen verlässt und wird dich bestrafen, wenn du lügst. Wenn es dich akzeptiert, wirst du ihm in den Wald folgen, doch die Bäume werden Formationen bilden, die du vorher nicht kanntest. Alles wird sich ändern, und die Leute, die auf einen Baum stiegen, um zu sehen, was hier vor sich ging, erkannten, dass nur noch der Wald zu sehen war. Da war nicht mehr. Weit und breit nur noch Wald. Kein Aus oder Eingang. Du kannst dich relativ frei bewegen. Es wird das Wesen nicht stören, und es wird auf dich warten. Solltest du irgendetwas mit Absicht beschädigen, wird das Wesen dich töten. Tust du es unabsichtlich, wird es dich direkt zurückbringen, und es gibt keine Chance mehr, die Sprache aller Tiere zu lernen. Es wird dir erzählen, dass es der Meister des Waldes ist und viele Namen hat, von denen du einige vielleicht kennst und so alt ist wie das Tierreich selbst. Irgendwann werdet ihr zusammen auf eine Lichtung kommen. Es wird dir verschiedene Aufgaben stellen, die du nacheinander erfüllen musst. Hier kommt es stark darauf an, was für ein Mensch du warst, denn es entscheidet über die Art der Aufgaben. Es werden drei Aufgaben sein, ganz egal, was für ein Mensch du warst. Dann wird das Wesen, wenn die Erfüllung der Aufgaben zu seiner Zufriedenheit war, auf dich zukommen und mit dir reden. Es wird dir erklären, was den Tieren inne wohnt und wie du auf sie zugehen musst. Es wird dich stärken und dir schließlich die Fähigkeit übertragen. Wenn es die Fähigkeit überträgt, wird es in einer Sprache sprechen, die du nicht verstehst. Außer du hast schon Kenntnisse über die Tiersprache. Doch jene, die jede Sprache der Tiere verstehen, sagten, dass die Worte sie in tiefste Verzweiflung und Trauer gestürzt haben. Dieses Ritual ist nur für jene gedacht, die noch keine Tiersprache sprechen können. Danach wird dich das Wesen zurück in den Wald bringen, an die Stelle, von der du herkamst, und dich bitten, vorsichtig damit umzugehen. Wenn du zu viele Verfehlungen begehst, wird dich das Wesen bestrafen. Mit Tieren zu sprechen, scheint für diese Gesellschaft extrem wichtig zu sein. Zumindest wirkt dieses Ritual so. Vielleicht wieder ein kultureller Hinweis. Ich habe mehrere Briefe erhalten. Zuerst einen Brief von einem gewissen Malte-Senit. Herr Dreimann, mein Vater starb vorige Woche unerwartet an Nierenkrebs. Ich soll Ihnen laut einer Notiz mitteilen, dass das Blatt ungefähr 1200 Jahre alt sein müsste. Ich brauche die Aufzeichnungen dazu. Zenit ist totverdammt. Aber diese Aufzeichnungen werde ich unbedingt brauchen. Sie werden mir mehr mitteilen, als jede andere Aufzeichnung es könnte. Ich versuche, den Sohn zu überzeugen, dass er sie mir gibt. Hoffentlich blockt er in seiner Trauer nicht ab. Der Journalist hat mir zurückgeschrieben. Er hat wohl die Übersetzung zurückbekommen. Endlich. Herr Dreimann, anbei finden Sie den Brief, den mir Professorin Orpenick geschickt hat. Ich hoffe, damit ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Grüße, Olaf Etrem. Ich habe den Artikel in dem Online-Magazin mit Begeisterung gelesen. Ich dachte zwar, es geht hier um eine Veröffentlichung in einem Printmedium, aber ich habe mich trotzdem gefreut und freue mich natürlich auch darüber, dass die Leser so ein großes Interesse zeigen, dass sie noch mehr lesen möchten. Die Übersetzung habe ich so gut es ging angefertigt. Ganz fertig ist sie allerdings noch nicht. Mit freundlichen Grüßen, Orpenick. Ich habe die Übersetzung hier einfach mal direkt dazugeheftet. Eine Warnung an die Neugierigen und Schwachen im Seelenheil. Im weiten Spielraum des Ermessens ist es nicht gut, weiterzusuchen nach etwas, wo nicht sein sollte, und es ist nicht gut, weiterzumachen, wenn man nicht gezwungen war. Der Grundsatz des Rituals ist der Gegensatz, und der Gegensatz wirkt meist viel, viel schwerer als alles andere, was es dort geben kann. Es ist nicht von den Unsrigen, es war immer noch dort. Das ist mehr als interessant. Warum diese Warnung? Ein kultureller Schutz? Oder mehr? Ich habe in der Zwischenzeit einen Brief an Ori geschrieben, der mir ja die Zeitangabe 20 Jahre geschickt hatte. Ob es wirklich stimmen würde und ob ich mir die Unterlagen ansehen könnte. Natürlich alles möglichst freundlich und ausweichend. Er soll nicht den Eindruck haben, dass er einen Fehler gemacht hat. Im Briefkasten fand ich wieder einen Brief. Wieder unbekannt. Kein Schritt weiter. Kein Schritt weiter. Hoffentlich erwische ich diesen Typen. Warum macht man das? Und wer? Lykium hat mir zurückgeschrieben. Und auch Orpenik. Herr Dreimann, für kulturelle Anliegen würde ich Professor Lison oder Professorin Papana anschreiben. Ich habe die Adressen angehängt. Ich hoffe, Ihre Arbeit kommt gut voran. Können Sie mir einen Überblick geben? Nein. Es interessiert mich sehr. Eine kurze Frage noch, rein Interesse halber. Wie kamen Sie an meine Anschrift? Beste Grüße, Nadja Lykium. Der Brief von Orpenik war nur sehr kurz. Herr Dreimann, ich wollte mich nur kurz vergewissern, ob Sie meinen Brief erhalten haben, da Sie mir bisher nicht geantwortet haben. Mit freundlichen Grüßen, Orpenik. Soll ich Sie weiterhin halten? Im Moment besteht wirklich kein Grund dazu, ihr zu antworten. Ich war seit Tagen nicht mehr aus dem Haus. Diese Übersetzungen sind grausam schwierig und allzu oft verschwimmen die Wörter nur noch vor meinen Augen. Es ist anstrengend. Ich fühle mich geschwächt. Aber sicher ist das einfach der Stress drumherum. Soll es nicht mehr aus dem Haus. Ich war aus dem Raum gehalten. Vielen Dank.